und willkommen zurück zu russian fishing 4 ich bin am nordmeer und habe jetzt aus versehen eine trophy gefangen am wittling und der bringt ja mega viel xp krasser scheiß eigentlich bin ich auf einen fisch aus der ist ein bisschen länger der hat da unten so zwei keine ahnung antennen oder was aber hat er schaut schön aus so in den setzt kirche und dann schauen wir doch einmal was man den gefangen haben okay alles klar also auf diesen bilder haben wir den gerade gefangen mein setup ist jetzt hier meine boots rüte kostet 170,050 300 gramm rot und weiß ausgelegt hier mit squids und ja weil ich kein squid mehr hatte der irgendwie rot oder weiß ist in der größe habe ich einfach mal den oktobus hier dann hingehängt genau ansonsten bin ich hier am 120er eigentlich auf blauling unterwegs also ich war jetzt vorhin irgendwo da das hat mich jetzt bis hier rüber getrieben und beim absinken auf 70 bis 80 meter also dann reingegangen ich schaue dann später was er bringt oder markt und dann werde ich das bild dazu rein hauen das war es dann von meiner seite mehr gibt es hier nicht zu sagen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal servus das war es dann